Heyho und willkommen zu Infovideo Nr. 14. Es ist eine Weile her und ja, fangen wir einfach direkt an. Euch dürfte aufgefallen sein, dass ich in letzter Zeit recht unregelmäßig zwei Videos hochgeladen habe oder dass es halt an sich mal dazu kommt, dass zwei, drei Tage lang kein Video kommen. Das liegt daran, ich habe momentan technische Probleme mit dem Computer. Ich bitte da vielmals natürlich um Verständnis. Ich nutze auch den heutigen Tag noch dafür, um an dem Teil rumzuschrauben und zu gucken, dass es halt funktioniert, dass ich es halt hinkriege. Weil es ist wirklich so, das reicht von einfach ausgehen, was natürlich bei Aufnahmen besonders beschissen ist, bis hin zu Sachen wie, dass er auf einmal nur noch ein bis zwei Frames pro Sekunde hat oder einfach irgendwie Errors anzeigt und so weiter und so fort. Und bis vor, der mir da ganz abkackt, wollte ich dann doch lieber erst einmal halt reparieren und Ursache erforschen. Ansonsten, ja, ich arbeite an Verbesserungen für den PC. Demnächst gibt es Geld und ja, dann werde ich auf jeden Fall Verbesserungen für den Computer kaufen. Also auf Festplatte, super Mikrofon, verstärkte Arbeitsspeicher, verstärkte Grafikkarte und alles mögliche wird verbessert. Also wirklich, dass ich dann super ruckelfrei let's playen kann. Außerdem wird es wahrscheinlich dann noch ein Facecam geben für Horrorgames, für seltenere Horrorgames. Und ja, es ist ja mit den Horrorgames momentan sowieso so eine Sache. Und des Weiteren für die Leute, mit denen ich Koop let's playen wollte bisher. Das Ganze wird auch immer noch, äh, wird auch immer noch so stattfinden. Das ist keine Frage. Das ist halt nur momentan wegen der Arbeit, sag ich mal, ähm, es ist momentan ziemlich stressig. Also ich komme halt leider nicht dazu, äh, viel Zeit zu haben. Und ja. Das ist halt ein bisschen ärgerlich eigentlich. Weil normalerweise halte ich das... Normalerweise halte ich das halt für eine wichtige Sache. Die Koop let's plays, man arbeitet ja halt zusammen und, äh... Und das ist halt so eine Geschichte, also... Normalerweise halte ich das sofort ein, aber... Das würde ich auch, wenn ich jetzt keinen Job hätte. Um das mal krass zu sagen. Deswegen macht euch keine Sorgen. Also die, die das halt zuhören. Äh... Es wird definitiv noch zu den Koop let's plays kommen. So oder so. Das ist also praktisch wie schon so ein beschlossener Deal. Dass es wird so laufen. Ich kann halt leider nur nicht hundertprozentig sagen, wann. Es wird aber dann definitiv, selbst wenn, wird es definitiv ein Wochenende sein. Weil... In der Woche bin ich meistens dann erledigt. Ja gut. Das war's dann eigentlich auch mit den Infos. Ähm... Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich momentan leider... sehr mit den Videos hinterher hinke. Normalerweise bin ich immer bestens vorbereitet. Ähm... Morgen... Also am Sonntag arbeite ich weiter an den Videos. Und... Werden wir dann sehen, wie es läuft. Ob der Computer mitmacht. Ich danke fürs Zuhören. Bis dann. Wir sind ja auch hier mit dem. Wir sind ja heute mit dem... Wir sind ja auch hier mit dem.